Hier oben? Hier oben könnte ich mir vorstellen, ja. Okay, dann mache ich mal hier das Hunting Shelter. Bereit. Ich nehme an, machen wir jetzt irgendwie so. So. Wie das ging. Jetzt kannst du eh die Sonnen ranpacken. So, ich mache hier mal ein bisschen Bäume kaputt. Was muss jetzt jedes Mal einzeln klicken? Ich dachte du kannst es mal gedrückt halten. Ähm. Einfach E drücken. Ja, ich kann nur C drücken. C? Nicht E? E. C wie Cesar. Ach hinter dir! Oh, Freak ist hier. Warum könnte ich? Baumpeld. Wieso, was macht mein Inventar? Ich habe doch 10 Sticks. Wie kann ich die nicht reinknallen? So, er ist tot. Äh, probieren wir mal hier die Baumstämme reinzuknallen. Ja, ich habe... Noch einer? Mag ich es noch? Ja, ich habe doch nichts in der Hand. Ähm. Kann ich es nicht machen? Ich kann nur C machen. Was ist denn C? Ich weiß nicht. Fäll mal noch ein paar Bäume. Ich hätte noch mehr. Wieso kann ich nicht alles ranhauen? Ich weiß nicht. Probieren wir mal einen Baum zu fällen noch. Ich meine der hat so ein Feuer. Ich brauche noch Steine. Du baust noch die großen Äste. Also die Baumstämme brauchst du noch. Und die kriege ich vom... Achso, ich habe nur die Äste. Ja. Ach, deswegen gibt er die nicht. Okay. Puh, jetzt ist es aber dunkel. Das heißt? Wo kommen wir gleich Besuch? Ich weiß es nicht. Oh, oh, Baumfeld. Baumfeld. Ich muss mich mal kurz, äh... Abwaschen gehen. Warumst du aber keine Schleppen mit einmal? Du kannst nur zwei schleppen auf einmal. Achso. Ich muss mich mal kurz abwaschen gehen. Ich bin voller Blut, sagt es mir. Schleppst du hier meine Bäume weg? Nur einen. Wir brauchen nur einen. Ne, hier ist noch einer. Ich gehe ganz kurz... Ich gehe kurz ans Meer. Ich muss mich kurz abwaschen. So, fertig. Wie mache ich wieder eine Leiter aus? Mit L? Ah, ja. Schlafen, C, Speichern, okay. Ähm... Gibt es auch irgendwie ein Lager, wo ich etwas ablehnen kann? Äh... Ne, nur in deinem Inventar. So. Okay. Ich habe mich, glaube ich, gewaschen. Ähm, wie kann ich denn Sachen weglegen? Okay. Also raushauen. Ja, wieso? Was willst du raushauen? Ich habe hier Stöcker ganz viele und... Egal. Egal. Egal, du kannst sie behalten. Das, äh... Braucht keinen Inventar. Braucht keinen Inventarplatz. Sicher? Ja. So, ich speichere einmal. So, jetzt haben wir gespeichert. Das ist schon mal gut. Genau, jetzt kann man hier... Oh. Ah, jetzt hast du es kaputt gemacht. Du musst auch immer es kaputt machen, Florian, ne? Hallo, ich habe da mit dem... Ich habe mir den eulen... Den eulen Veran in die Hand genommen. Habe wollte den rauf fliegen. Da hat er irgendwie mit dem Veran das Feuer ausgehauen. Warte. Dafür wirst du gesteinigt. So. Hier, wie lege ich den denn rauf, den Typi? Äh, du gehst... Du gehst da rauf und dann drückst du E. Ja, C. C. Ähm... So. Wann ist er gut? Ich ess... Ich ess mal einen Snack. Was? Nicht ins Feuer rein. Äh, der Florian brennt. Das ist schön zu sehen. Solche Sachen sind immer schön zu sehen, wenn der Florian brennt. Bei Daisy macht das gar nichts aus. Äh, ich werde hier mal so einen Lock-Sled bauen. Den werden wir sicher brauchen. Dann können wir um einiges mehr an, äh... Holz... Äh, rumschaufieren. Das ist ziemlich gut. Das sieht auch cool aus, wenn du mit dem rumfahren kannst. So, ich mach hier mal... Ja, ja, ich hab mal... Wo krieg ich die Äste her? Was muss ich dafür platt machen? Äh, die kleinen... Ja, die kleinen, äh... Essdinger. In den ersten Nächten sollen wir eigentlich noch nicht so viel Besuch kriegen, wie es man ist. Sicher? Ja. Und übrigens... Vor allem die das hier durchschauen, äh, es wird jetzt eine längere Zeit kommen, wo ich wahrscheinlich nicht allzu viel hochladen werden kann, da ich meinen anderen PC benutze und an der Laden bin, und da kann ich nichts hochladen auf meinem anderen. Weil ich da die Videos nicht drauf hab. Wo ist das? Und, äh... Ja. Deshalb probier ich, dass ich jetzt mal ein bisschen was planen kann. Fertig. Okay, cool. Ich schaff den Stein an. So, jetzt kannst du das... Ich zeig dir jetzt mal, wie das funktioniert. Du benutzt den jetzt. So. Siehst du? Jetzt kannst du mit dem... Ähm... Was hab ich davon? Also kannst du Sachen rauflegen, ja? Ja, genau. Du kannst diese Bäume rauflegen. Die Baumstämme. Du kannst sogar schneller fahren. Siehst du? Dann... Legst du den hin. Und dann können wir jetzt hier Bäume fällen. Und wenn wir uns hier unser erstes Lagerbisschen gebaut haben, können wir dann... Ähm... auch mal in die Höhlen gehen und hier erforschen, weil das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Baum fällt. Mein auch. Du stehst gleich runter. Ja, aua, aua, aua. So, jetzt kannst du hier die Baumstämme nehmen und da raufpacken. Wo ist denn das Ding da? Ich hab was gehört. Ich hör etwas. Ähm... Hast du meinen Baum schon? Nee. Ein Stück liegt noch da. Okay. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer vor mir. Fick dich! Oh, da ist einer! Bitch! Das ist Scheiße! Frecke! Ja, kein Problem! Bitch! Nee, ich gleich mal mit! Ich werf den schon mal aufs Feuer! Mach mal die Sonne wieder an! Ich hab ihn ins Feuer geworfen. Der brannt jetzt ein bisschen. Wirds bisschen heller. Was ist das? Ja! Ähm... Pass auf! Ich fäll die Bäume, du machst ihm aufs Ding drauf. Siehst du? Jetzt haben wir ja sogar ein bisschen hell. Du machst die Dinger rauf. Äh... Ich weiß gar nicht, hat das noch mehr Platz? Ja, wenn nicht, musst du hin und her fahren. Ja, dann muss ich da hinten noch gleich noch ein Ding spawnen. Ein Lager für die Baumstämme. Ja. Ich fäll hier mal ein paar Bäume in der Zwischenzeit. Ja, ist voll. Beim nächsten Respawn müssten dir wieder da sind die Bäume, ne? Ich weiß nicht. Oh, da ist gleich einer beim... Oh, da sind Gegner. Da sind gleich welche Gegner. Zwei. Oh, ja. I trapped you. Oh, die kann sogar rollen. Jawohl, brennt. Ich hab einen Moltov-Cocktail angeworfen. Der hat aber nichts gemacht, weil ich ihn nicht angezündet hab. Ja. Kommst du mit der Arbeit nach? Na, ich muss grad ein bisschen kämpfen und Leute verbrennen. Bitch! Aua! Aua! Haben die Bäume eigentlich immer verbrennt? Ne, weiß ich nicht. So. Auch verbrennen. So, ich muss nicht ganz kurz hier hochheilen. Äh... Ich hab doch Medizin aufgesammelt. So. Kommen wir das Ding hier einmal. Ich schau mich hier eigentlich schon die ganze Zeit an. Ist das schlimm, wenn wir keinen Wald mehr bald um unser Haus haben? Wie? Wenn wir bald keinen Wald mehr um unser Haus haben? Oh, nicht so schlimm. Wächst ja nach, ne? Ja. So. Haben wir das? Ähm... Was kann ich jetzt nochmal... Wo war das? Storage. Hier. Lock Holder. Woll ich die mal... hier hin? Ich hab... nicht mehr so viele Locks. Muss ich doch erstmal wieder... Also Sticks. Sinds ja, ja. Ja. Brauchen wir mehr? Bäume oder Sticks? Äh, ich denke... In dem Haus brauchen wir Bäume, ne? Ja. Ich denke, es ist nicht schlecht, wenn wir gleich nochmal ein paar Bäume haben. Um da ein bisschen was zu bauen. Es reicht wegen einem wieder nicht. Und schon wieder kommt so ein Kackvieh. Bei mir auch, ja. Die wurden aber auch aufdringlicher, ne? Ah, ist tot. Ja. Ja, der Knochen mit und alles. Die haben gar nicht so viel Platz, die Lock Holder. Müssen wir noch mehr bauen. Wir müssen mehr bauen. Wir können hier ja auch gleich, äh... Schauen wir, was wir sonst eigentlich noch gleich noch was bauen könnten. Oh, jetzt gibt es schon mal Rüstung. Aua, der Baum ist auf mir drauf gefallen. Aber wirklich, der hat mir richtig weh getan. Cool, du kannst jetzt einen Katapult bauen. Ich hab nur noch Hälfte AP. Lol. Wusstest gar nicht, dass das geht. Ja auch nicht, bis er eben auf mir drauf gefallen ist. Ich hab ne Idee, ich baue mir ein Baumhaus, okay? Jo. Bisschen also uns. So. Ja. Eigentlich muss man meiner mittlerweile Oberarme haben wie so'n... ...der Hulk. Auf jeden Fall, mindestens. Ah, du kriegst was hin gegen den. Ja, ja. Komm, was zu dir hier, ne? Rückwärtsgang. Ich überfahre das Ding. Das sind zwei Viecher. Hast du überfahren? Ne, das sind verdammt viele. What the f- Oha, ich bin halb down. Ich bin fast down. Hilf mir mal schnell. Ja, Moment. Kann ich mich heilen? Medizin wahrscheinlich, wa? Äh, gut. Was ist denn der blaue Streifen ganz rechts? Ich weiss nicht. Das ist glaube ich Ausdauer oder so. Ne, das ist der andere. Oder ne Gesundheit. Alter. Wir wollen hier nur ein Baumhaus bauen. Verdammt sind das viele. Alter, wie viele hier sind. Ja. Au, die hauen sich gegenseitig. Guck mal. Ha! Der jene hat den anderen eben umgehauen. Nice. Ähm. Ja, irgendwie habe ich meinen... Ach so. Das ist maximal bis dahin, wo deine Gesundheit gehen kann. Deine Ausdauer, wenn ich. Ah. Ich bin mir halt total down. Ich muss mal was trinken. Oh, die shit sind das viele. Ich muss mal was trinken. Oh, die shit sind das viele. Mhm. Down. Dann füll dich. Dann füll dich. Weinst du nicht gerade? Jetzt kommen ja nicht so viele die ersten, ne? Ja, das dachte ich auch. Das waren jetzt extrem viele. Ja. Aber jetzt wird's hell, ne? Ja, immerhin. Ich hab einfach ein bisschen Holz gemacht, ne? Ja. Ich sehe es. Du warst fleißig. Fleißiges Bienchen. Komm mir vor, wieso Mike. Haha. Wieso das ist so fleißig? Sorry Mike, wenn du das Video siehst. Haha. Haha. Es ist auch eigentlich irgendwann mal geplant, dass mehrere Leute auf einen Server stocken. Ja, ich glaub du kannst bis vier Leute oder so. Ne, ich mein hier bei DZ meinetwegen, dass 50 Leute rumrennen oder so. Achso, ne ich komm nicht. Die Lager hier aufbauen. Ich weiß nicht. Ich glaub hier nicht. Du brauchst die Holzstamm eigentlich hier? Kannst die oben ran bauen ans Häuschen. Oh, hier ist die. Dann nehm ich die da gleich hin. Wie viel brauchst du noch? Äh, neun. Okay. Mein Typ hier hat Hunger. Äh, was hab ich denn noch? Kannst beim Feuer, beim Feuer kannst du uns auch was boten. Wo? Ich muss jetzt mal zwei reinpacken, genau. Dieser Rückwärtsgang ist verdammt schnell. Aber jetzt bleib ich hier irgendwo hängen. Äh. Dann hab ich hier kurz durch. Blinke rein. Du du du. Kann ich mehrere Sachen reinpacken ins Feuer? Ah, ich glaub, ich glaub nur eins. Bin ich ganz sicher. Ne. Da ist ein Fisch dran und ein Stück Fleisch. Ah, das geht auch. Okay. Juh, wie ich schon mal, wir haben. Fertig gemacht? Ja. Cool. So. Ich weiß noch ein paar Blätter hier rauf. Damit der Fisch schneller gar wird. Oh, ich hätt eigentlich das Alpine Treehouse bauen sollen. Das sieht cooler aus. Mmm. Ah, das können wir auch noch bauen. Wir haben ja genug. Mann, ich mach hier oben mal ein kleines Feuerchen. So, weil ich bin jemals satt. Äh, was schau mich jetzt wieder an, man? Jetzt wollen wir wieder alle Counter-Strike spielen. Ich wette mit dir, man. Komme ich da hoch? Äh, die Leiter benutzen. Ich speichere noch kurz. Ich weiß. Ich weiß.